Aufwachen! Aufwachen! M&U! Willst du kommen hier raus? M&U! Zeigt ihm immer eure Marke! Hallo? 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 Okay? Ich bin Vykus van der Merve von M&U und wir bitten Sie, diese Aufforderung hier zu unterschreiben. Wenn Sie da einfach kurz gezeichnen können... Hey Mann! Mach weiter, kratsch! Okay, alles klar, Thomas. Sekunde, das dürfte schon reichen. Sein Draufschlagen werde ich als einversteckend. Das ist wie eine Unterschrift. Man hat schon das Gefühl, dass eine gewisse Spannung herrscht zwischen denen und uns. Spannung? Ja. Oh ja. Ey, ey! Das kann man nicht essen, Mann! Der Shrimp will den Reifen fressen. Er schmeckt vielleicht wie ein Marshmallow. Nein, nein, nein! Jan! Nicht provozieren! Nicht provozieren! Auf gar keinen Fall! Nicht, Vickers! Haben Sie das gesehen? Das verstößt gegen die Regeln! Was soll das? Nein, nicht! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt kommen alle Shrimps raus. Die wollen doch sehen, was da los ist. Nein! Aufhören! Nicht! Aufhören, bitte! Herr Reis, bringen Sie mir meinen Koffer. Sehen Sie, jetzt kommen Sie alle zusammen. Nicht schießen, sonst verwandeln sich das hier an ein Schlagmelz. Ist das Traingas? Ist das Traingas? Das ist Katzenfutter! Katzenfutter! Damit lenken wir sie ab. Schître. Wer muss die Geschichte kreis, dann kommen Sie aufывайтесь, bitte. Vielen Dank.